Das zweite Wort hat vorne Punkte, Wani, und hat hinten Punkte. Da fehlt also vorne und hinten was. Das dritte hat Susp, vorne und hinten fehlt was. Und das letzte endet auf Mania. Die restlichen sieben Worte sind unlesbar. Okay. So, Urwerkhallen, Steinköpfe. Jetzt irgendwer weg geht, bleiben sie an. Nö. Aber das Tor bleibt geöffnet. Wird sofort ausgeführt. Okay, gucken wir uns mal die oberste Truhe an. Im Deckel der Kiste ist ein Schlitz. Daneben wurde fünfmal das Symbol des Feuers geschnitzt. Okay. Ein Schlüssel steckt in der Kiste. Ein seltsames Wort. Carpathia. Äh. Bäh. Okay, wir speichern erst einmal. Ich weiß nämlich, der Raum hatte es noch in sich. Ich brauche als erstes wahrscheinlich eine Kiste, die auf Erbitia endet. Okay. Phänomena. Nö. Demuria. Nö. Zerbitia. Zerbitia. Okay, drehen wir den Schlüssel um. Klick. Die Kiste kann geöffnet werden. Und da verschwindet eine Kiste. Okay. War das dann doch die falsche? Kapatia. Hm. Also da sind Feuermünzen auf jeden Fall drin. Ist die Frage, die Kiste, die da verschwindet, ist da was Wertvolles drin? Da verschwindet die Kiste und da ist ein Nebelquarz drin. Okay, also das heißt, die Kiste kann wahrscheinlich verschwinden. Weil wahrscheinlich, es gibt keine andere Möglichkeit. Es wird immer eine Kiste verschwinden wahrscheinlich. Bis auf die da oben. Zerbitia. Den Schlüssel umdrehen. Ja, kann geöffnet werden. Da sind Heldenruhen drin. Und. Eine Feuermünze. Jetzt brauche ich etwas, was Vani in der Mitte hat. Das ist Suspiria. Suspiria. Die Kiste nicht anfassen. Suspiria ist das dritte nämlich. Ich brauche etwas, was Vani in der Mitte hat. Partenia. Nein. Pferdonia. Nein. Obscura. Nein. Also ich habe immer noch gespeichert. Silvania. Genau. Schlüssel umdrehen. Klick. Feuermünze. Das heißt, das war... Gut, ich glaube, jetzt ist wirklich die Kiste verschwunden, die ich schon geplündert hatte. So, jetzt brauche ich Sus... Ja, das war aber weiter drüben. Das war, glaube ich, die hier unten. Mache ich die jetzt von hier oben auf? Ja, Sus... Spiria. Spiria. Ja, jetzt verschwindet die. Und jetzt die Mania. Das war, glaube ich, die oder die unten? Ne, das war Ferdonia. Partenia. Partenia. Ach, ne, Mania habe ich noch gar nicht gefunden, glaube ich. Malpertua, nein. Pantagoa, nein. Romania. Mhm. Den Schlüssel umdrehen. Da ist die Kiste verschwunden. Gut. Noch eine Feuermünze. So, jetzt fängt der Twilight-Error-Prozess an. Wobei wäre es die Kisten auf der Seite. Nope. Das war die falsche. Und ja, ich könnte mir einen Guide angucken. Aber... Nö. Also, die war es nicht. Die hat die da oben gelöscht. Phenomena. Okay. Das war die richtige. Die hat nämlich die hier unten gelöscht. Noch eine Feuermünze und ein Ring der Wächter. Da probieren wir jetzt die da unten. Also, die wissen wir, macht die weg. Oh, das war sogar die richtige scheinbar. Ja. Ja. Okay. Ähm... Da probieren wir einfach mal die da oben. So. Nope. Ja, da war ich etwas zu hastig. Und da war es auf Beenden statt auf... Ähm... Also, wir wissen... Also, wir wissen... Also, auf Beenden statt auf Startmenü geklickt. Also, wir wissen, die macht die weg. Und die macht die weg. Mhm. Das heißt, wir gucken mal die. Nein, die macht die weg. Startmenü dieses Mal bitte. Also, die macht die, die macht die, die macht die. Aber wie wird die aus? Sehr schön. Die macht... Oh, die Puppe des Torwächters. Gut, die ist leer. Dann müsste es jetzt als nächstes Sicherheitshaber speichern. Die öffnen. Macht die weg. Gut. Dann die öffnen, macht die weg. Ja. Noch eine Feuermünze und Schätze. Die macht die weg. Die zerbieten Träne. Oh, schön. Das heißt, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch eine zerbieten Träne für die zerbieten Quest. So. Den da. Als letztes. Als letztes. Dann fünf Feuermünzen. Feuermünzen in den Schlitz werfen. Der Mechanismus im Winter in der Kiste klickt. Die Kiste kann jetzt geöffnet werden. Zepter der Winde. Sehr viele andere hübsche Sachen. Das Teil ist nett. Maske der Schatten. Eine Ballista. Stab des Sternenwanderers. Wir haben verdammt viele neue Runen hier. Also ja, sie kann dann schon mal ausgemustert werden. Umbleiter auch. Du bist sogar ein Heiler. Mal gucken, was du kannst. Ja. So, jetzt kommt die nächste Geschichte. Also ja, die Truhe mussten wir opfern. Da war eh nur Nebelquarz drin. Also nix wertvolles eigentlich. Die war so gesehen Finte, die Truhe. Gut. Das heißt, wieder ins Labyrinth. Und dann hier hoch. Dass wir wieder in... ...den Raum hier kommen. Hier sind nämlich... ...sieben Truhen, die geöffnet werden wollen. Äh, nicht hier mit. Mal gucken. Ich habe... ...fünf Wassermünzen. Ich habe sechs... ...feuermünzen, eine Luftmünze und... Ich sammle die jetzt alle mal auf einer Seite. Bei die Münzen brauche ich jetzt, um die Truhen zu öffnen. So. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020